Schon seit längerem wollte ich die Ruine Steinegg im Kamptal besuchen. Am 15. September machten uns meine Schwester Anna und ich auf den Weg zur Ruine. Weil es keine Schilder gab, hatten wir Probleme die Ruine zu finden. Schlussendlich entdeckten wir sie einmal dann. Über die Ruine selbst gibt es leider nur sehr wenige Informationen. Außer, dass ihre erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1210 war. Im 14. Jahrhundert gelangte die Burg Steinegg in den Besitz der Herren von Meißau. Noch im 15. Jahrhundert wurde die Burg gewaltsam zerstört. Der Grund für die Zerstörung ist leider nicht bekannt. Nachdem ich noch ein paar Fotos von der Ruine gemacht hatte, machten wir uns wieder auf den Heimweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir lachen bis an heimweg. Bewege die Dwatch, in der Ruine mittelverbrechung, in der Ruine zu verhörten, in der Ruine zu verhörten. Aus der Ruine im Wissen war ein paar Wissen. Ja, schon bei den Ruine Schauspieler. Vielen Dank.